2500 Abonnenten gleich ihren Abo zocken. Und den Abo-Button natürlich. Ich habe eine Sache vergessen, natürlich auch noch den Abo-Button. Ich habe es doch gerade eben erwähnt, wann man auch mitspielen kann. Gerade eben erwähnt. Hallo, mein König bin hier. Und jetzt komm. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Lass dich stehen bleiben. Dann bist du tot, mein Freundchen. Egal. Ich werde dir deine Ehre mit dem Gewehrschutz ins Rumpf und hier nehmen. Das war's zu zahlen mit dir. Das war's zu zahlen mit dir. Nein... Was? 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 Wir haben nur Gewehrschütze zum Campingfire und Trap. Ich habe wenig dafür, dass ich so viele umgebracht habe. Ja, so schnell kann ich schon mit. Ich drücke einfach alle Tasten und dann kommt automatisch Boden, Treppe, Wand. Manchmal kommt sogar eine Taktik, die ich ganz gut finde. Einfach alle Wände, alle möglichen Wände hinlegen. Damit der Kick dann nicht gut durchballern kann. Hier. Drücke einfach alle Tasten auf dem Controller-Window. Also alle R- und L-Tasten. Fertig. Das sieht doch schön aus, oder? Ich wusste schon, wie man das macht. Schon länger. Also für die Leute, die einfach gute Reaktionen schnell bauen können. Also einfach nur alle L- und R-Sachen in die Hand und machen. Aber so mit. Guck mal, wie das aussieht. Da kannst du hier noch editieren und dann kannst du hier rumballern. Wenn da jemand vielleicht ist. Man macht einfach so. Da-da-da-da-da, da-da-da-da. Man hat geb.. Alles gut. Man wartet auf ihn in einem Vier. Irgendwann kommt... Natürlich buckt man dann dabei. Aber... Das war nur Unglück. Aber trotzdem. We people. Und dann so trotzdem weep people. Also gerade war für... Heute war für mich nix mit Dua. Das habt ihr doch bei meinem Bruder gesehen. Für mich war nix Dua. Das war einfach zu... Ich konnte das da nicht heute. Hat jetzt nicht auch nicht jeden Tag was können. Ich hab zu gelabert die ganze Zeit. Ich nehm ihn trotzdem die Ehre. Und ich bin nur gestorben. Fast gestorben, weil ich gebackt bin. Bin. Und ich hab mit Taktiken ins... Direkt ins Face geschossen. Und dann noch ein ganz gemein. Und fertig. Sogar beim Labern. Kann ich den Gegner um... Oft dumm. Der Gegner beim Labern. Hab blablabla. Trotzdem getötet. Ich sollte jetzt kommen. Sie geht zusammen. Nein! Digga Pro. Ich nehm dir deine Ehren. Ich nehm dir deine Ehren. Digga Pro. Ich nehm dir deine Ehren. Oh! Oh! Oh, was ich? Oh! Oh, was ich los,? Oh! 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 Was ist das? 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 An der Seite baue ich mich dann hoch. Oder du kannst dich easy im Viereck bauen. Bam, bam, bam. Musst du an der Seite noch eine Wand bauen. Und, ähm, halt, die Treppe kaputt machen, die da noch ist, und dann hast du ein Viereck. Das geht ganz schnell. Das ist eigentlich ne Erklärungsrunde, aber... Ich hab immer, ich hab trotzdem 7 kills. Ich grad nur erkläre was. Was ist der Heck? Wo hab ich ja? Wo ist er zum Teufel? Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Es in die Tür. Ich hab ihn mit. Das ist das. Wir sind. Aaaaah! Waaah! Waaah! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das kennt man von manchen Pros, aber nicht vielen. Aber ich hab's mir selber gelernt. Weil ich wusste, ich kann zu viele Tasten drücken, weil ich noch zwölf Jahre alt bin. Also für Leute von zwölf bis 15 ist das gut so. Kann man das leicht machen. Aber von so 16 bis... Ja, bis... Ist egal, welchen Alter. Da geht's halt nicht. Weil mit 16 ist es schwieriger. Das jetzt mal. Weil du musst ja alle Tasten auf einmal drücken. Auf der Konsole. Und manchmal muss man das zu oft machen. Und dann gibt's Krämpfen. Aber bei mir nicht. Bin ja zwölf. Das heißt, ich kann die Taktik noch... In der Luft... Gibt es ein... Peum, peum. Das war's. Boah, das ist ne Erklärungsrunde. Ich weiß, dass was los ist. Aber es ist aber nur ne Erklärungsrunde, wo ich mich überhaupt gar nicht gerade anstrenge, sondern einfach nur loslabere und irgendwas erkläre. Was aber auch meistens wichtig ist, ich tue es jetzt. Ich hab trotzdem neun Kills. Ich erkläre was. Blablablabla. Ich rede mich voll. Aber was dabei rauskommt, ist, ich sterbe nicht. Der trifft mich nicht mal. Der trifft mich. 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 ich bin und ich würde jetzt hallo ich vom sturm sterben und jetzt ein und jetzt gibt es ein hallo ah